Seht sie an, die Verräter. Es macht mich ganz krank, wie lange ich Hornigold und seine selbstgerechte Art hingenommen habe. Wahrhaftig, ihr seid ein Mann mit Prinzipien, Captain Hornigold. Ein Mann, dem ich meine besten Ideen anvertrauen kann. Glaube und wir überleben das, Charles, mit Würde und Stolz. Das ist Selbstvertrauen. Hast du einen Plan, von dem ich wissen sollte? Nassau ist vorbei, das ist wohl klar. Ich sage, wir laufen heute Nacht aus und treffen uns bei mir. Na gut, was hast du vor? Die Briten brachten ihre Vorräte an Land, stimmt's? Wenn wir etwas Pulver- und Kiefernpech stehlen, bauen wir ein Feuerschiff, schicken es direkt in die Blockade und sprengen sie in Stücke. Ah, hey. Nehmen wir Rackhams Schiff. Er ist eh kein guter Captain. Mein Gewissen ist rein. Gut. Während du das Pulver besorgst, beschaffe ich das Kiefernpech. Ich habe dich wieder. Ich habe dich wieder. Ich werde ihn wiederholen. Das war's für heute. 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 Okay. Huh. He's mine. Okay. 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 assurance. Hey, get out of that scrap! I've got a good line on him! 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 Oh, 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 oh. Was ist das? Das war's für heute. 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 Das war's für heute.